Wunderschönen guten Tag zum Unternehmensupdate mit Victoria Gold auf RohstoffTV. Yukons größter Goldproduzent Victoria Gold legte Rekordzahlen für 2023 vor. Die Goldproduktion lag bei 166.730 Unzen aus der Goldmine Igel und bedeutet eine Steigerung von 11% im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Kosten lagen innerhalb der Prognose, sollten aber weiter leicht ansteigen. Trotz dieses inflationären Hintergrunds wird erwartet, dass die Goldmine Igel die Goldproduktion in den Jahren 2024 und 2025 steigern wird, was zu niedrigeren Stürkkosten führen wird. Die Goldproduktion betrug im Quartal fast 42.000 Unzen. Der Quartalsumsatz lag bei 96,4 Millionen Dollar bei einem Absatz von 36.601 Unzen im Quartal. Die verbuchten Einnahmen im Gesamtjahr beliefen sich auf knapp 417 Millionen Dollar bei einem Absatz von 160.135 Unzen Gold fürs Gesamtjahr. Der Betriebsgewinn betrug 12 Millionen Dollar im Quartal und das Betriebsergebnis fürs Gesamtjahr betrug 70,4 Millionen Dollar. Der Quartalsgewinn vor Steuern betrug im Quartal 4,2 Millionen US-Dollar und vor Steuern für 2023 43,4 Millionen Dollar. Die AIC betrugen 1.592 Dollar pro Unze verkauften Goldes im Quartal und die AIC aufs Gesamtjahr 1.488 Dollar pro Unze. Der freie Cashflow vor Betriebskapital betrug im Quartal 0,4 Millionen US-Dollar und der freie Cashflow vor Betriebskapital betrug 31,5 Millionen Dollar fürs Gesamtjahr. Wichtig auch, die Gesamtverschuldung sank im Quartal um 14,6 Millionen US-Dollar. Die Gesamtverschuldung insgesamt sank im Laufe des Jahres um 10,8 Millionen Dollar. Die liquiden Mittel beliefen sich am 31. Dezember 2023 auf 15 Millionen US-Dollar. Für 2024 soll die Goldproduktion bei 165 bis 185.000 Unzen liegen, zur AIC von 1.450 bis 1.650 US-Dollar pro Unze. Obwohl die saisonalen Produktionsschwankungen im Jahr 2023 aufgrund der ganzjährigen Stapelung verringert wurden, wird erwartet, dass eine gewisse Saisonalität der Produktion bestehen bleibt. Die Stapelung ist im Allgemeinen im zweiten und dritten Quartal am stärksten, da die Temperaturen in den Sommermonaten höher sind. Auch die Goldproduktion ist in der Regel im zweiten und dritten Quartal am höchsten, da bestimmte Aktivitäten auf dem Haufenlaugungsfeld, wie etwa die Auslaugung am Seitenhang und der Einsatz von Oberflächenberiehlungsanlagen, nur in den wärmeren Monaten stattfinden. Der Chart zeigt einen Doppelboden und wir denken, dies ist ein günstiges Einstiegsniveau. Hält der Boden bei 5 kanadischen Dollar pro Aktie, kommt es zu einer Inumkehrformation, liegt das erste Kursziel bei 9 kanadischen Dollar, danach bei 11 kanadischen Dollar. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Commodity TV-App in Deutsch und Englisch sowie alles rund um Rohstoffe. Wir freuen uns über ein Like und viel wichtiger, abonnieren Sie doch einfach unseren TV-Kanal. Bitte beachten Sie den eingeblendeten List, der immer die besprochene Aktie ist Teil des SRC Mining Special Situation Certificates und ich bin Aktionär des Unternehmens. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz. Ich bin Aktionär des Unternehmens. Ich bin Aktionär des Unternehmens. Ich bin Aktionär des Unternehmens. Vielen Dank. Vielen Dank.